Für das Börsen-ABC schauen wir uns unter dem Buchstaben M nun noch den Begriff Market Maker an. Ein Market Maker ist rein aus der Übersetzung her jemand, der den Markt macht. Wir kennen das hauptsächlich aus dem Bereich der verbrieften Derivate. Hier sind es die Emittenten selbst, die in der Regel das Market Making machen und somit für diese Produkte ständig An- und Verkaufspreise stellen. Ein Anleger kann dieses Produkt damit permanent handeln, unabhängig davon, ob andere private Anleger Order in diesem Wertpapier eingestellt haben oder wie viele Preisfeststellungen hier stattfinden. Durch das Market Making wird somit auch der Handel in weniger stark gehandelten Produkten sehr gut ermöglicht.